Es läuft nicht bis 15 Tage zu machen. So, wie wird es jetzt spannend, Bürgermeister Settel-Lind und Pizze-Bürgermeister Manneshafen hat irgendetwas das Beste. Können wir uns ein bisschen antaufen, ihn? Man sieht, das ist ein Sicherheitsabstand. Sie hat Angst, dass es einmal spritzen wird. Schauen wir einmal, ob es gelingt. Bravo! Kein Tropfen. Es soll das Ried auch noch ein Kartonieren. Das kann aber schon. Einen großen Applaus, bitte! Applaus für den Bürgermeister. Der Bier an Stehen-Kohner. Ich hoffe, ich gucke, was aussah. Es war natürlich cool. Ich habe es schon noch. Das wollen wir wieder haben, das Erste. Da ist immer zu viel Schaum mit dabei. Ich gucke mal. Entschuldigung, jetzt schon rein. Ich gucke noch nicht. 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 Das ist von der Brauerei. Der Brauereischöf liegt noch. Das sechste.